Herzlich Willkommen zurück zu Marvel's Midnight Suns mit Aresu. Ich bin Aresu und wir wollen weiterhin unsere Leute trainieren. Also Storm und Morbius. Ja, grüß mir die Sonne ist nicht gut zum... nicht Storm und Blade und Morbius. Aber ich muss mit Storm auch trainieren, deswegen... Okay, haben wir Beschwörungskreis mit Nico und bekommen dort eine legendäre Gamma-Elix. Schlage in zwei Zügen drei Gegner. K.O. Gibt uns Credits. Gut, Credits können wir gebrauchen, denke ich. Denke ich. Hört schon. Okay, und nehmen wir O.O. mit? Ich denke nicht. Moment, wir gehen nochmal kurz zurück. Forschunganzeigen. Nahegefahr. Verbessert das Sweatraum. Ne, okay, das hat keine Priorität. Okay, wir nehmen uns mit. Wir nehmen Blade mit. Oder nehmen wir Blade mit oder nehmen wir lieber... Oder nehmen wir lieber Morbius mit. Ich bin nicht sicher. Ja, ich bin dem Blade. Tipps zum Gameplay. Hunters Balance wird davon beeinflusst, wie viele helle oder dunkle Fähigkeiten im Kampf ausgespielt werden. Danke. Da oben können wir übrigens auch das Hunter-Symbol sehen an der Kapelle. Fenster, ich weiß nicht, ob mir das schon mal aufgefallen ist vorher. Ja, ich hätte darauf achten sollen, dann hätte ich mich definitiv für Morbius entschieden, um den loszuwerden, damit wir die alle unterbrechen können. Wir wissen inzwischen, was dort so rauskommt, deswegen... Sie haben es auf mich abgesehen. Unter anderem. Bluternte. Statt bei K.O. 214 Gesundheit für einen zufälligen Verbünder oder Nico wieder her. Schnellangriff ist auch gut. Okay, wir schalten den da erst mal aus. Das ist ja interessant. Okay. Tja, was wollen wir? Ich würde sagen, der hier wird nervig, ne? Können wir uns um den erst mal kümmern. Oh, das ist ein Nahkampfangriff. Hätte ich nicht gedacht. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, ne, wir schalten den hier noch aus. Zack. Und mit unerbittlich schalten wir den aus. Theoretisch könnten wir versuchen, den hier runterzuwerfen, aber da schlagen wir nicht stark genug zu gerade. Nicht genug Heldenmut oder? Was ist hier los? Ja, was zu... Okay, damit können wir nicht mehr normal schubsen. Tja, das geht offenbar nicht. Gut, dann können wir hier den noch zart werfen. Und jetzt fehlt uns der Heldenmut dafür sowieso. Okay. Ja, lass sie doch. Ganz ruhig. Au. Au. Der heilt sich, okay. Kann er gerne machen. Okay. Wir ziehen heilige Flamme nach. Wir haben hier Daywalker, hat Verkettung. Ziehen eine Karte für jeden K.O. Das ist gut, um die Leute hier loszuwerden, ne? Okay, wir unterbrechen hier die eine Mal. Wir ziehen zwei Karten. Haben gleichzeitig hier eine Schwächung gemacht. Das ist gut. Eine Mystikerin wäre ausgeschaut. Levelaufstieg ist auch gut. Gut, hier haben wir die Wiederbelebung... Das Wiederherstellen. Müssen wir nicht unbedingt in diesem Zug machen. Lass sie bluten ist gut. Niemand greift gerade Nico an. Okay. Der Plan ist simpel. Ich sagte gerade noch, niemand greift Nico an. Der hier greift Nico an. Okay. Wir benutzen der Durst. Da haben wir uns tatsächlich mal dadurch geheilt, weil tatsächlich mal jemand geblutet hat. So, wir haben mehr nachziehen gerade. Wir haben nur noch die eine Aktion. Mit Sensenmann können wir die nicht direkt ausschalten, ne? Ne. Nee, Blade könnte das hier zwar machen, aber... Das wollen wir nicht. Ja, ausgerechnet der. Ich meine, selbst mit Schwächung ist der sehr nervig. Das heißt, ich sollte wieder Herstellen benutzen hier. Ich arbeite dran. Das war wenig Schaden. Die Schwächung scheint wirklich sehr zu sprechen. Okay, Raserei ist nervig. Wir hier 230 Schaden mit einem Schlag machen, könnten wir das nett. Ich bin immer noch im Fokus. Ich glaube nämlich, wir haben nur noch die eine Runde jetzt. Zwei Runden. Okay, kein Problem. Ich meine, wir können den direkt betäuben damit. Das ist auch gut. Sie können uns nicht aufreiten. Ich finde es so seltsam, dass der sich jedes Mal dort umdrehen kann. Dass die nicht von vorn und hinten angegriffen werden. Und das kommt mit dem Schild sehr, sehr gut zur Geltung. Dass dieser Mangel da ist. Viel besser geht's nicht. So, Schutz verloren. Wunderbar. Dann. Gehen wir den hier mal ausschalten? Hab bewusst den da ausschalten wollen, weil ich hier hinten stehen wollte. Aber er hat nicht so gut geklappt. Wir haben nur noch die eine Aktion. Okay, wir laufen mit Hunter einfach. Warum kann ich das? Oh. Okay, ich verstehe. Man kann es nicht quer... Okay, man muss das an der... Von der breiten Seite her treffen. Okay, aber kein Problem. Dann können wir einfach hier hinlaufen. Und das ist auch nicht so ideal, wie ich es gerne gehabt hätte, aber... Wir haben noch eine Mystikerin aus dem Ritual gekegelt. Bald geschafft. Na ja, Hexenfeuer. Sehr unwahrscheinlich, dass es ein K.O. bringt. Okay, ich würde sagen, wir werfen mal Sensenmann weg. Nee, falsche Richtung. Ich würde gerne mit Hunter versuchen zu schubsen. 25% Chance. Äh... Okay, wir machen lieber das. Am mächtigen, nein, ist nicht das Perfekte hier gerade. Wir ziehen mal nach. Hexensturm. Ja, ein schwacher Hexensturm. Morgenstern. Okay, wir versuchen es mit dem Hexenfeuer. Wenn wir großes Glück haben, haben wir leider nicht. Okay, aber zumindest kommt hier nichts raus, ne? Au. Tja, dann war das das. Wir haben immerhin drei Leute... Entschuldigung, vier Leute, die jetzt nicht angreifen. Niemals kapitulieren. Ich weiß, dass ich das immer und immer und immer wieder sage, aber tut mir leid, ich ist verpflichtet. Ach, komm schon. Ja, meine, er hatte eh nicht so viel, aber... Ich mach mir in die Hose. Okay. Wir haben ein paar Problemchen. Oh, ihr habt eure Freunde zum Helfen mitgebracht. Nico, die haben dich anvisiert. Okay, die beiden machen jetzt nichts Böses erst einmal. Der hier will definitiv was Böses machen. Die möchte was Böses machen. Okay. Das ist schon mal was. Kraftvolles Zurückwerfen. Mit dem normalen Zurückwerfen... ...hätten wir... ...ah... ...noch keine Chance gehabt, die runterzuwerfen. Okay. Okay, okay, okay. Der nervt immer noch rum. Wir ziehen Blutmagie nach. Verfluchung macht gerade genug Schaden, denke ich, aber... ...wollen wir lieber was Neues ziehen? Wir haben im Notfall immer noch ein paar Nachziehen auf Reserve. Klingsturm ist eine gute Fähigkeit. Das ist eine sehr gute Fähigkeit auf dieser Karte, fällt mir gerade auf. Das ist doch vollkommen dämlich, wie wir dort eben auch den Klingsturm gerade einsetzen, ne? Wie ich sehe, hat sich bei den Fanatikern der Welt nicht viel geändert. Okay, der wird betäubt. Ich hatte gehofft, dass ich mehr Leute versuchen kann, rauszuwerfen. Na gut, muss reichen. Ich meine, der Große wird betäubt. Bei der einen haben wir eine 73% Chance, dass er rausfällt. Einer stirbt direkt. Aber die... ...halten eine Menge aus. Ah, und ich habe den offenbar verfehlt. Okay, kein Problem, kein Problem. Ja, aber Moment mal. Hier können wir von der Seite stoßen. Offenbar ist wirklich das Portal einfach im Weg gewesen. Was nervig ist. Okay, wir hätten eine Art Zirn. Provoziert einen Gegner mit beschützt oder entfernt beschützt. Ja, auch nicht unbedingt das Beste, ne? Heiliger Strahl ist eine gute Fähigkeit. Ja, aber wir haben jetzt nicht wirklich, was wir benutzen können noch, ne? So. Au. 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 Doppelt doof, dass ich den da nicht reingeworfen habe. Au. Zumindest hat er uns angegriffen. Das heißt, die Betäubung ist entfernt. Ein einzelnes Hündchen. Und ein weiteres. Okay. Raserei. Das ist, glaube ich, eine Scherge. Das heißt, das ist kein wirkliches Problem. Stimmt, der kann ja trotzdem immer noch weiter beschützen. Ich habe ihr Selbstvertrauen nicht erschüttert. Kommt noch. Okay. Sie gehen mir langsam an die Nieren. Jep. Das wird helfen. So. Was ist das, wir können einfach nochmal wiederherstellen, oder? Oh, Moment mal. Mit dem Heiligen Strahl könnten wir... Ja, ich denke, das ist ganz gut. Dein Schicksal ist besiegt. So. Au. Die Verwundung habe ich übersehen. Okay. Ich denke, wir können heilen komplett wegwerfen. Brauchen wir nicht. Bluterente. Wir haben leider nichts mit... ...schnell gerade. Okay, wir benutzen das wiederherstellen, auch noch für Hunter. Das hier ist für dich. Deine Besorgnis weiß ich zu schätzen. Und tschüss, Fragezeichen. Nee, zweimal 73 hält's aus. Au, verdammt. Ich vergesse dauernd, wie Verderbnis funktioniert. Ich war kurz sehr besorgt, weil das aussah, als wollte die jetzt dort schubsen. Au, au. Also, ja, springen wär's dort gewesen. Aber die hat sich so positioniert, als wollte sie das... ...den... ...das Umgebungsobjekt benutzen. Au. Oh. Äh, danke. Denk ich. Hier wär' ein starkes Zurückwerfen gerade ganz gut. Wie viele Portale wollt ihr aufmachen? Ernsthaft. Noch mehr Raserei. Okay. Der tötet sich immer mehr... Der scheint prozentual aber nur... Okay. Der hat nur noch 91 Schild hier gerade. Möglicherweise hab ich es etwas weit getrieben. Hm, hm, hm. Todesschwarm, wir können hier jemanden direkt ausschalten. Das ist ne... Okay, ne, wir machen erstmal den Heiligen Strahl, würde ich sagen. Die Frage ist, ob wir Nico dort reinbewegen sollten, damit sie sich heilen kann. Aber ich will eigentlich meine Bewegung dann später noch benutzen. Deswegen, äh, lassen wir das. Das hast du dir verdient. So, da schutzverloren, wunderbar. Dann... Der, da ist ein Problem. Okay, wir benutzen einfach hier die Blut-Ernte. Nicht die richtige Heilung, aber okay. Für die richtige Person. Hoffen wir, dass das klappt. Ne. Blade. Äh... Ja, ich würde den da schon gerne loswerden, endlich. Tja, was machen wir nun? Was haben wir für Gegenstände bei Vampir-Essenz? Quecksil... Quecksilber-Tote? Heiliger Funke ist nicht schlecht dafür. Das Problem ist, ich hätte mir vorher mal angucken sollen, wie stark die Leute hier noch sind. Aber Moment, wir können trotzdem das so benutzen. Okay, wir hopsten hier rüber. So, der ist geschwächt genug, dass man mit dem heiligen Funken ausschalten kann. Und jetzt können wir den Todesschwamm benutzen, um den auszuschalten. So. Wunderbar. Ihr Typen wisst wirklich nicht, was auf euch zukommt, oder? Ja, gesegnet. Doppelt an Lilin verursachten Schaden, was nicht wirklich notwendig ist hier. So, und Blade erledige den mal, bitte. Jetzt wird geblutet. Danke sehr. Oh, und wenn wir eh schon hier hinten sind. Also, ne, wir haben nur noch den einen Helden-Mut. Ja, sonst hätten wir hier noch reinwerfen können, das wäre auch nett gewesen. Au. Verderbnis nervt. Au. Na, zum Glück war die Wand da. Das sah irgendwie bedrohlicher aus als sonst. Einfach dadurch, dass man das hier nicht so gesehen hat, hat man mehr die Gelegenheit auf, nicht auf das Portal sich zu konzentrieren, sondern auf sie. Und dann sieht es einfach aus, als würde sie was Größeres beschwören. Okay, wir haben wiederbeleben. 214 Schaden. Okay, wir packen erstmal Segen weg. Klingensturm ist eine gute Fähigkeit. Okay, wir packen Verfluchen weg. Ermächtigen packen wir auch weg. Oder? Moment. Moment. Ja, ne, wir benutzen Ermächtigen. Wunderbar. Jetzt hatten wir hier den Klingesturm. Okay, der ist weg. Sehr schön. 115, 285. Ne, das haut immer noch nicht so hin. Wie ich es gerne hätte. Aber wir haben immer noch die Helden-Kombo. Jetzt ist die Frage, wollen wir den da mit der Helden-Kombo erledigen? Erst einmal, sie können wir hier nur... Ja, wir können sie nicht wirklich versuchen wegzuschubsen. Obwohl, wir könnten einen Moment wiederbeleben. Ist jetzt komplett kostenlos. Und Blades Winkel ist eventuell... Ja. Oh, doch nicht. Ganz knapp fehlt's. Ganz knapp fehlt's. Äh, ganz knapp daneben. Ihr wisst, was ich meine. Okay, Nico, versuch den einfach mal hier reinzuwerfen. Und wir versuchen es mit dem Hexenfeuer. Im besten Falle töten wir... Okay, das war der schlechteste Falle. Der schlechteste Fall, die Falle. Okay. Es kann sein, dass Nico K.O. geht. Oh, ja. Nico wird K.O. gehen. Äh. Nee, okay. Das Hammerprotokoll jetzt dafür einzusetzen bringt. Nicht wirklich was. Es würde uns ein bisschen Floss sparen, aber... Das war's. Oh, ja, toll. Wir sterben durch Verderbnis. Nicht dadurch, dass wir... Oh, die können sich nochmal umentscheiden, wenn man durch Verderbnis vorher stirbt. Okay. Oder? Achso, nee, Moment. Ha, es waren noch zwei davon übrig. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass nur noch eine davon übrig ist. Okay. Eigentlich... Nee, nein, muss er nicht. Das ist in Ordnung, wenn er die Allah erledigen möchte. Es wird wirklich langsam Zeit, dass wir diese Folge beenden. Deswegen habe ich kein Problem, wenn Blade die Allah erledigt. Finsenmann, wunderbar. Ah, verdammt, das reicht hier nicht mal. High end bringt uns auch nicht wirklich was. Okay, Moment. Wir bekommen noch eine zusätzliche Karte. Und... Okay, Morgenstern. Wenigstens höhere Chance, den runter zu werfen im nächsten Zug, ne? Vorbildheitsband, schön. Nächste ausgespielte Lichtkarte ist kostenlos. Okay. Spielen wir. Im Prinzip können wir... Obwohl, nee, wenn wir jetzt der High end benutzen, dann bekommen wir zwei zusätzliche Karten. Das heißt, wir würden im Endeffekt weniger Karten ziehen. Ich weiß nicht, warum der nicht angegriffen hat. Ich will mich aber nicht beschweren. So, und wir beenden die Folge mit... Äh, den Kampf mit Sensenmann. Sehr schön. Ja, das lief nicht so sonderlich gut. Du hast es geschafft. Ein Stern. Und da ist er. Aber eine legendäre Gamma-Helix. 360 Angriffs-Systems. 275 Skills-Sense. Und 29 Quiddits. Yeah. Ja, zwei Helden-Kaos. Die können einem sowas schon ziemlich ruinieren, ne? Und das war nur eine normale Mission, glaube ich. Also, Schwierigkeitsgrad nochmal. Nicht mal eine schwierige. Und ich habe tatsächlich dran gedacht, einen Gegenstand zu benutzen. Sollte ich wahrscheinlich mal öfter machen. Gut. Ich denke, das reicht für diese Folge. Dann beenden wir jetzt die Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der wir mit jemandem zusammen abhängen können. Bis dahin, lebt wohl hinter das Kommentare. Und Adios. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.